Bibelferse für Kinder erklärt Die Zehn Gebote im Überblick 2. Mose 20, Vers 2-17 In den letzten Wochen haben wir uns mit den Zehn Geboten beschäftigt. Wir erinnern uns, dass Mose auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote direkt von Gott empfing und dass der Berg fürchterlich rauchte und donnerte. Es war Posaunenschall zu hören und das Volk Israel hatte große Angst. Gott ist heilig und jeder, der sich dem Berg Sinai näherte, musste sterben. Wir wissen, dass Gott später dem Mose die Zehn Gebote auf zwei steinernen Tafeln schrieb. Damit wir uns die Zehn Gebote gut merken, wollen wir sie heute wiederholen. Im Matthäusevangelium können wir im 22. Kapitel lesen, dass der Herr Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt wurde, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die Zehn Gebote lassen sich demnach in zwei Gruppen teilen. Einmal sind es die Gebote, die von meiner Beziehung zu Gott handeln. Die zweite Gruppe der Gebote handelt von meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen. Das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot sagt, dass ich nur den Gott Jachwe anbeten soll. Es handelt von meiner Beziehung zu Gott und gehört in die erste Gruppe. Das zweite Gebot. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, um es anzubieten. Damit waren Gottheiten gemeint. Mose bekam von Gott jedoch den Auftrag, die Ehrene Schlange anzufertigen, aber sie wurde später als Götze verehrt. Deshalb zerstörte der König Hiskia sie. Das zweite Gebot handelt ebenfalls von meiner Beziehung zu Gott. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Gott hat sich dem Mose am brennenden Dornbusch mit seinem Namen Ich Bin vorgestellt. Früher haben die Leute schnell mal gesagt, bei Gott ich schwöre, ohne ihren Schwur zu halten. Der Herr Jesus hat gesagt, wir sollen überhaupt nicht schwören, sondern Ja oder Nein sagen. Wir sollen auch nicht einfach so auch Gott sagen. Auch das dritte Gebot handelt von meiner Beziehung zu Gott. Das vierte Gebot. Gedenke des Sabbat-Tages, ihn zu heiligen. Wir sagten, dass Gott die Welt in sechs Tagen schuf und am siebten Tag ruhte. Dann sprachen wir über das Volk Israel, das beim Sammeln des Manners in der Wüste den Rhythmus von sieben Tagen kennenlernte. Sechs Tage sammeln, einen Tag ausruhen. Gott schenkt uns auch heute einen Ruhetag. Bei uns ist es der Sonntag. Auch dieses Gebot handelt von unserer Beziehung zu Gott. Denn der Ruhetag ist uns im Besonderen gegeben, um Zeit mit Gott zu verbringen, durch den Besuch eines Gottesdienstes sowie dem Lesen in der Bibel und Gebet. Das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wir erinnern uns daran, dass Ham seinen Brüdern erzählte, dass er seinen betrunkenen Vater Noah nackt im Zelt liegen sah. Wegen dieses Verhaltens wurde er von seinem Vater verflucht. Kinder sollen tun, was ihnen ihre Eltern sagen. Wenn sie das nicht tun, sondern meinen, es besser zu wissen, endet alles im Chaos. Das fünfte Gebot und auch die folgenden Gebote handeln von unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Es gehört also in die zweite Gruppe. Das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Das hebräische Wort Ratzach klingt ziemlich finster und steht für Morden. Der erste Mörder hieß Kain. Er erschlug seinen Bruder Abel heimtückisch auf dem Feld und wurde vom Angesicht Gottes vertrieben. Das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn ein Mann oder eine Frau außerhalb ihrer Ehe Geschlechtsverkehr haben, brechen sie die Ehe. Kinder, die aus solchen Verbindungen entstehen, müssen besonders darunter leiden. Das Stück Paradies, das Gott dem verheirateten Paar erhalten wollte, wird zur drückenden Qual. Der Apostel Paulus verwendet das Bild von der Ehe und vergleicht es mit Jesus Christus und der Gemeinde. Das achte Gebot. Du sollst nicht stehlen. Wenn man etwas nimmt, was einem nicht gehört, hat man bald keine Lust mehr in der Bibel zu lesen und zu beten. Das Gestohlene muss zurückgegeben werden. Zuzugeben, dass man gestohlen hat, ist schwer. Wenn dir jemand etwas wiedergibt, was er dir gestohlen hat, dann lache ihn nicht aus, sondern vergib ihm. Das neunte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Wenn man über jemanden etwas sagt, was nicht stimmt, kann das sehr schlimme Folgen haben. Naboth musste sterben, weil Isabel befahl, dass zwei Männer als Zeugen eine Lüge über ihn verbreiten sollten. In den Psalmen können wir lesen, wie sehr David und auch der Herr Jesus ohne Ursache gehasst und zu Unrecht beschuldigt wurden. Schlecht über einen Menschen zu reden, ist nicht gut und führt meistens dazu, die Unwahrheit über ihn zu sagen. Das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren. Begehren bedeutet, etwas haben zu wollen, was der andere hat. Man denkt, dass man im Vergleich zu anderen schlechter dasteht. Die Schlange weckte Evas Begierde, von der verbotenen Frucht zu essen. Und so aß sie von der verbotenen Frucht und gab auch ihrem Mann davon. Werbeplakate reden uns ein, dass wir unbedingt Dinge haben müssen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Abschließend wollen wir eines festhalten. Die Gebote, die Gott uns gab, sind ein Schutz für uns und sie zeigen uns, was richtig und was falsch ist. Manches merken wir nicht von selber. So schreibt der Apostel Paulus, Römer 7, Vers 7b Anhaltende Anhaltende Vielen Dank.